Als wir gerade bei unserer Mission waren, sah Mandys Haar wirklich schräg aus und nicht besonders attraktiv und ihre Sachen saßen auch nicht so, wie sie sollten. Zuerst wollte ich ihr gar nichts sagen, weil ich sie nicht in Verlegenheit bringen wollte. Naja, weil sie doch auch eine Agentin geworden ist. Aber dann dachte ich mir, dass ich es ihr sagen sollte zu ihrem eigenen Besten, weil ja schließlich keiner so schlimm aussehen will. Aber einem winzig kleinen Teil von mir machte das Ganze irgendwie Spaß. Und bevor ich es ihr sagen konnte, war der Kampf auch schon vorbei. Das nächste Mal sage ich es ihr ganz sicher, wenn sie voll daneben aussieht. Ich kann das, das weiß ich ganz genau.